Weißt du was, Biene? Also einige Autoren sollten echt schneller schreiben. Zum Beispiel Charlotte Link. Die schreibt alle zwei Jahre ein Buch. Und was macht man mit denen, die immer Charlotte Link lesen wollen, in dem Jahr dazwischen? Ich weiß was. Echt? Ja. Und zwar Claire Douglas, beste Freundin zum Beispiel. Niemand lügt so gut wie du. Das war ein Tipp von einem Vertreter. Herrn Grafe. Und ich muss Abbitte leisten. Manchmal glaube ich Vertretern nicht. Aber das war ein richtig toller Tipp. Gut.